Ja Leute, willkommen zurück! Wir machen ein paar Silageballen. Woben ist ja der Livestream. Am Samstag. Uhrzeit und so weiß ich noch nicht. Uhrzeit, noch kein Plan. Werde ich aber dann vorher ankündigen. Wann der denn sein soll. Wird bestimmt ganz lustig. Ich bin mal gespannt. Ja, wir brauchen auf jeden Fall den... Silage ist überhaupt nix da. Viel brauche ich nicht, weil ich hab ja noch was im Silo drin. Das Video kommt heute ein bisschen später. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir jetzt gerade aktuell haben. Ich bin eben erst nach Hause gekommen. Ha, wir haben schon halb acht. Leck mich im Arsch. Deswegen wird das Video auch heute nicht allzu lang werden. Ich mein, das hochladen ist... Das ist gar kein Problem. Das geht ein paar Minuten. Aber halt das Rindern, ne. Aber halt das Rindern, ne. Vom längsten. Ich hoffe, dass wir hier so ein paar rauskriegen. Ein paar Wollen. Und ja, ich hab den 79 irgendwas bla 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 verkauft und dafür den geholt. Erstens 10 PS mehr und zweitens günstiger. Ja, das hätte ich auch noch machen können hier, aber da hatte ich schon keinen Bock drauf. Und ich muss mich ja ein bisschen beeilen. Denn heute werde ich noch ein paar Sachen vorbereiten für morgen für den neue Stream. Der allerdings nicht auf Hitbox oder Twitch oder so ein Schwachsinn da, ne. Dann direkt hier auf YouTube kommt der Livestream. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Erstens ist es viel besser für mich. Und zweitens, ja, Twitch, keine Ahnung. Achso, hier, wir sind hier bereits schon auf dem Server. Wo war die da drin? Auf dem Multiplayer-Server. Hier, guck, ich kann schreiben hier. Da, 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 ne. Ist allerdings nicht der Nitrado-Server. Der wird aber noch kommen. Oh, oh. Ich muss niesen. Oh, oh. Nein. Doch. Entschuldigung, ich scheiß die Wand an. So, erstmal schon mal alles einstellen hier, ne. Das ist schon mal richtig hier. Ähm. Ah, ist schon. Sehr gut. Äh. Ich muss schon kurz sagen. Ähm. Einen ist aber bestimmt nicht. Denn wir wollen die Ballen ja gewickelt haben. Komm, gib ja's. Okay. Da schläft man ja bei einem. Ich werde nicht sagen, aber 300 Pferdchen sollte er haben. Davon sehe ich aber wenig. Ja, jetzt gibt er mal ein bisschen Stoff hier. Und wickelt er. Jawohl. Ja. So. So. Wow. Bleibst du liegen? Boah, gib doch mal Gas. Ich finde, das ist immer noch die geilste, die es hier im ganzen Spiel gibt. So, wir hatten zwei, eins, zwei, das ist jetzt die drei, sind immer so um die 4000, das ist immer sehr schön. Da fährt mir gerade ein, ich kann die gar nicht abtransportieren, weil ich kein Gefährt dafür habe. Das ist scheiße, auf gut Deutsch. Oder? Nope. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann haben wir noch zwei Bahnen So, die letzte Bahn von Film Nummer 4 Ich habe Frosch im Hals Ich muss gleich vertrinken Und eine kriegen wir aber noch hin, oder? Ja komm, komm an Das ist gut, kann ich bei dem was finden Kann ich dieses Scheißhack nicht ausblenden? Muss ich gleich mal gucken, wie der Befehl ist Ja, ja, ist klar WTF, was macht der denn hier? Hä? War der gerade auch schon da? Ich habe keine Ahnung Ja, das wird klar Ja, das wird klar Ja, das wird klar Ja, das wird klar So, habe ich eigentlich Falsch oder habe ich statt nicht Falsch Rdätsch Achso, hier habe ich auch mal eben Mais drauf geknallt H Moment First bin ich Ich habe ich hier am Ich habe ja So, dann holen wir uns die mal eben ab hier. Okay. 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 So, ich würde sagen, ich hole dann eben die Ballen, die stelle ich dann hier hin. Oh, 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 oh. Und ich würde sagen, das war es dann für dieses Video. Meine Fresse, ich war aber auch, ey. Opas alter Kacker, ey. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein, ciao.